So, ich dachte, ich mache mal ein allgemeines Video zum Thema Studium in Österreich, das Leben in Österreich, das Leben in Innsbruck, weil ich bin ja schon ein paar Mal darauf angesprochen worden, das scheint den einen oder anderen zu interessieren. Ja, auch was so die ganzen Rahmenbedingungen eben betrifft, also Unterkunft, Kosten, Krankenversicherung und so Geschichten. Ja, wo fangen wir an? Ich muss mal kurz zur Seite schauen, weil hier die Fragen sind. Genau, also Kosten des Studiums. Was kann ich dazu sagen? Also eigentlich nicht groß anders als in Deutschland im Süden zu studieren, also vergleichsweise in München zu studieren. München ist ja doch eine recht teure Stadt und dementsprechend teuer ist es eben auch in Innsbruck zu wohnen. Kommt natürlich immer noch darauf an, wie man wohnt, ob man jetzt in einer eigenen Wohnung wohnt, Wohnheim, wie ich jetzt, oder in einer WG. Also um das Ganze transparent zu machen, ich meine, das findet man ja auch online, mein Wohnheim, Einsatzzimmer, kostet 375 Euro. Finde ich einen sehr guten Preis. Ich denke, wenn man jetzt irgendwo in Deutschland im Osten schaut, dann ist das wahrscheinlich schon wieder sehr teuer. Da kriegt man schon fast gefühlt eine kleine Wohnung dafür, aber für Innsbruck und für die Lage ist es wirklich sehr gut. Und dafür muss man ja auch sagen, ist alles all inclusive. WLAN ist dabei, Strom ist dabei, Heizung ist dabei, das Wasser im Bad ist dabei, kannst in der Küche kochen, ist das alles mit dabei. Und genau, das Einzige, was bezahlt werden muss, ist eben die Waschmaschine. Aber gut, da gibt es unten im Keller welche, gibt auch Trockner, da zahlt es halt immer einen Euro dafür. Das klingt ja schon fast so, als ob ich Werbung dafür mache, mache ich aber nicht. Aber einfach nur, um es mal kurz erzählt zu haben. Vergleichsweise WG-Zimmer, ich halte da ja einfach aus Interesse immer mal die Augen offen. Ich meine, ich möchte zwar eigentlich nicht in einer WG wohnen, aber trotzdem, ich kriege das ja so mit. Kosten immer so im Schnitt auch um die 380, 450 Euro, manchmal vielleicht auch 350, wenn man Glück hat, aber das eher weniger. Und dann halt meistens wirklich auch ein sehr kleines Zimmer. Ich meine, ich habe natürlich jetzt auch kein großes Zimmer, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter das sind, lass es 10 sein. Aber dafür habe ich ein kleines Bad. Und das ist schon alleine der Grund, warum ich gerne das Wohnheim gewählt habe, ein eigenes Bad zu haben. Das ist wirklich Luxus, das muss man wirklich so sagen. Ja, also ich meine, ich habe ja eigentlich seitdem ich 18 bin, immer alleine gelebt. Also als ich damals ausgezogen bin, habe ich ja erst mal im FSJ, also im Altersheim beim FSJ gearbeitet. Da habe ich damals auch so eine Art Wohnheim, Zimmer gehabt, plus kein eigenes Bad. Und danach habe ich eigentlich immer eine eigene Wohnung gehabt. Und dementsprechend kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, das Bad mit Menschen zu teilen, die mehr oder weniger zweck Mitbewohner sind. Jetzt vielleicht in einer Beziehung oder so ist es was anderes. Aber gut, ich will mich jetzt ja gar nicht zu weit mit dem Thema verlieren. Weitere Kosten, bei mir Krankenversicherung, also ich kann mich eben nicht mehr mitversichern, da ich ja jetzt schon 29 bin. Ich zahle im Moment knapp 100 Euro, ich glaube 96 Euro, also Kranken- und Pflegeversicherung. Da bin ich in Deutschland noch nach wie vor versichert, aber auch gleichzeitig in Österreich versichert. Wie das Ganze genau funktioniert, das sehe ich selber nicht durch. Aber ich weiß, dass ich zwei Karten jetzt habe. Einmal die deutsche, damit kann ich ganz normal in Deutschland zum Arzt gehen, Medikamente verschreiben lassen. Aber auch jetzt hier in Österreich habe ich auch alles schon wahrgenommen. Also einfach, weil ich halt auch regelmäßig zum Endokrinologen muss, um mir meine Spritze verschreiben zu lassen. Und das hat auch alles geklappt mit Bewilligung und so Geschichten. Also dementsprechend habe ich da noch keine Veränderungen festgestellt. Man muss es halt einfach erst mal organisieren. Das ist schon wichtig, weil es kann immer mal schnell passieren, dass man halt hier mal zum Arzt gehen muss. Genau. Dann weitere Kosten, Handy. Aber gut, das ist ja auch bei jedem gleich. Also ich habe jetzt eigentlich keine Extrakosten, die jetzt nur, weil ich in Österreich sind, anders sind. Also ich zahle einmal im halben Jahr 20 Euro Semesterbeitrag. Aber auch das ist in Deutschland, glaube ich, genauso. Also kostentechnisch, je nachdem natürlich, wie die Vorstellungen sind, kann man, denke ich mal, mal abgesehen davon, dass das Essen hier ein bisschen teurer ist. Aber schon, ja, je nachdem, was man noch für Verträge hat, zwischen 900.000 Euro kann man damit gut auskommen. Allerdings, wie gesagt, bei mir ist halt die Krankenversicherung das Thema. Wenn ich dann 30 werde, muss ich gleich nochmal 100 Euro mehr zahlen. Aber gut, das wird ja die meisten von euch nicht betreffen, da ihr ja wahrscheinlich alle noch unter 25 seid. Genau, und bin auch gefragt worden, wie ich mir das Studium finanziere. Ganz einfach. Meine Mutter unterstützt mich finanziell, bezahlt mir quasi eine gewisse Summe pro Monat, für die ich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und ohne sie wäre das für mich im Moment nicht möglich. Einfach aus dem Grund, weil natürlich halte ich auch nur mal Ausschau nach Jobs. Aber das sind dann halt eher mal so Jobs, die dann vielleicht 400, 500 Euro quasi ermöglichen. Aber den vollen Umfang, es würde bestimmt irgendwie gehen. Klar, wenn ich jetzt dazu gezwungen wäre, weil es nicht anders ginge, dann würde ich da auch eine Lösung finden. BAföG-Studienbeihilfe habe ich keinen Anspruch drauf. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit über Kredite, Bildungskredite. Allerdings ist das, glaube ich, bei mir noch ein bisschen schwieriger. Ja, da ich ja Deutscher bin und aber in Österreich studiere und, glaube ich, in Deutschland mir deswegen bei den Anbietern keinen Studienkredit holen kann. Höchstwahrscheinlich müsste ich dann jetzt in Österreich bei einer Bank anfragen, die dann eben diese Bildungskredite verteilt. Weil ganz normale Kredite kriegst du hier heutzutage, soweit ich informiert bin, nur wenn du wirklich einen festen Job hast, was ja auch irgendwie Sinn macht. Aber gut, mit dem Thema habe ich mich jetzt noch nicht zu sehr beschäftigt, einfach weil es gerade nicht relevant ist. Ja, also wie gesagt, ich bin halt einfach in der komfortablen Situation, dass ich eben die Hilfe bekomme. Genau, was waren noch weitere Fragen? Ja, generell, wie das Leben so in Österreich ist, also ich muss sagen, hier in Tirol speziell, ich meine, Österreich hat ja auch wieder verschiedene Bundesländer, ich kann jetzt nur für Tirol sprechen. Ich fühle mich super wohl hier. Was ich ja wirklich schon von Anfang an festgestellt habe, du wirst hier immer geduzt. Ich dachte erst, das liegt an meinem jugendlichen Aussehen, weil ich das immer mal zu hören bekomme, dass ich eben nicht so alt aussehe, wie ich bin. Dass ich halt denke, dass die Leute mich deswegen duzen, habe dann aber herausgefunden, dass es hier wohl Gang und Gäbe ist. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Und ich habe dann auch schon jemanden gehabt, der gesagt hat, bitte, das war halt in einem ärztlichen Kontext, also nicht der Arzt, aber Arzthelfer, sag bitte nicht sie zu mir. Und dann habe ich natürlich wie der alte Gewohnheit sie gesagt und wurde ich natürlich wieder korrigiert. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist wahrscheinlich so ein deutsches Thema. Und ich glaube, das ist es tatsächlich. In der Hinsicht sind wir Deutschen da, glaube ich, ein bisschen steifer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar sehr gut, sich einfach auch mal zu duzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in bestimmten geschäftlichen Situationen ist, da wird das wahrscheinlich dann ein bisschen anders ablaufen. Wobei ich sagen muss, mein Zahnarzt in Deutschland hat mich auch geduzt und mein Hausarzt damals auch. Finde ich auch nicht schlimm. Gut, ich meine, das wird wahrscheinlich für jeden ein bisschen anders sein. Aber generell, was ich eigentlich sagen wollte, die Leute hier sind wirklich sehr freundlich. Also ich habe bisher also direkt noch keinen einzigen erlebt, der es mir direkt gezeigt hat, dass Deutsche unbekommen sind. Jetzt gerade in Bezug auf diese Geschichte mit NC-Flichtlingen. Also in dem Sinne bin ich ja einer, der quasi in Deutschland kein gutes Abi hatte und dementsprechend sich Alternativen gesucht hat. Ich habe das bisher, glaube ich, einmal online in einem Kommentar gehabt, da wo ich woanders kommentiert hatte und mich quasi als Deutscher geoutet habe, der jetzt hier eben studiert. Und ja, da kam das halt so ein bisschen so rüber. Aber eher im Sinne von, dass Deutschland die Bildungspolitik mal ein bisschen auf die Reihe kriegen soll, was ich ja auch in gewisser Weise unterschreibe. Gerade was das Medizinstudium betrifft. Ja, aber wie gesagt, die Leute sind alle sehr freundlich. Ich meine, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man selbstfreundlich ist. Dann ist es in meinen Augen fast unabhängig vom Land, wie die Leute dir gegenüber reagieren oder wie sie auf dich reagieren. Ich meine, in Deutschland muss ich auch sagen, dass ich eigentlich sehr viele nette Menschen immer treffe. Also da glaube ich fast, dass es so ein bisschen auch was mit einem selbst zu tun hat. Natürlich wird es immer Menschen geben, da kannst du noch so nett und offen und so weiter sein. Die werden immer mit einem krimmigen Blick rumlaufen. Das gibt es hier natürlich auch. Aber wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl hier. Die Stadt ist schön, ist schön überschaubar. Im Winter sieht es hier schön weiß aus, aber ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auf den Frühling. Auf den ersten Frühling in Innsbruck, weil ich doch eher so der Wanda-Lauf-Typ bin. Und da komme ich natürlich hier voll auf meine Kosten. Ich habe auch neulich wieder reflektiert. Habe ich mir die richtige Stadt ausgesucht? Ja, das habe ich definitiv. Weil jeden Tag, wenn ich hier bei der Spazierrunde gehe und das Panorama anschaue, merke ich einfach, wie mich das beruhigt. Wie es meine Gedanken ordnet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in Wien zu wohnen, was ja wirklich eine Großstadt ist. Hat natürlich auch alle seine Vorzüge. Aber für mich persönlich ist, denke ich mal, Innsbruck zumindest in dieser Lebenssituation perfekt. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Auch, dass ich mich jetzt hier so mittlerweile eingelebt habe. Die Abläufe kenne, weiß, wo es Rabatte gibt. Gerade so als Student ist vielleicht noch ein wichtiges Thema. Also ich persönlich achte sehr darauf, dass ich günstig einkaufe, aber trotzdem so einkaufe, dass ich mich gesund erlernen kann. Und da schaue ich halt einfach mal nach Angeboten. Und ansonsten habe ich überhaupt keinen großen Anspruch. Also ich gehe weder feiern, noch brauche ich irgendwelchen Schickimicki-Kram. Was mir wichtig ist, ist wie gesagt, dass ich meine Ernährung gut finanzieren kann. Da will ich auch nicht sparen. Dann ist es mir natürlich wichtig, dass ich Klamotten habe. Aber da bin ich auch eher mittlerweile, das war früher nicht so, mittlerweile wirklich minimalistischer geworden. Ich trage wirklich lustigerweise sehr viel Schwarz-Blau. Einfach auch aus dem Grund, weil man dann viel besser waschen kann und nicht die ganzen verschiedenen Farben irgendwie dann wieder sortieren muss. Und das kostet ja auch alles unnötig Geld. Und wenn ich jetzt natürlich ein höheres Einkommen hätte, weiß ich nicht, ob ich es dann anders machen würde. Vielleicht auch gar nicht. Mittlerweile schätze ich das so, diese Einfachheit, sich gar nicht groß Gedanken zu machen. Ich bin auch eher ein sportlicherer Typ. Ich habe gerne meine Sportklamotten an. So die Basic-Sachen halt, die es bei C&A, H&M gibt oder von mir aus auch mal von Sportmarken. Sowas kaufe ich dann ein, aber das hält dann auch eine Weile. Und dementsprechend sind das halt immer mal Kosten, die auftreten. Aber ansonsten gucke ich halt einfach, dass ich sparsam lebe. Wo ich vielleicht hin und wieder mal noch Geld für ausgebe, ist einfach für mein Privatvergnügen ein Buch. Bücher lesen, Bücher hören. Aber gut, so hat jeder sein Hobby. Mein Fitnessstudio, das kostet 15 Euro im Monat. Da habe ich natürlich auch den Studententarif bekommen. Genau, da habe ich noch, ja gut, die Fahrtkosten. Muss ich aber sagen, ist hier in Innsbruck relativ preiswert. Trotz dessen, dass ich schon über 27 bin und dementsprechend den Erwachsenentarif bezahlen muss, weil ich keinen Anspruch auf dieses Studententicket habe, komme ich trotzdem im Monat im Stadtzentrum mit 30 Euro aus. Und das ist sogar noch weniger als in Stuttgart damals. Wobei Stuttgart natürlich ein größeres Netz hat. Ja, also ansonsten, das kann ich wie gesagt noch sagen, das Essen ist halt hier ein bisschen teurer. Vielleicht so im Schnitt 1 Euro bis 1,50 Euro mehr pro Tag, wenn ich das mit meinem Essen in Deutschland vergleiche, was ich dort eingekauft habe. Aber gut, so ist es eben. Ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich, glaube ich, gefühlt fast nur über Geld gesprochen. Aber ich denke, das ist so, was die meisten auch interessiert. Genau. Wir können dir gerne noch Fragen stellen, wenn ihr weitere Fragen zum Thema rund um das Studium habt. Dann mache ich da was. Vielleicht mache ich einfach so was, wenn ich Bock drauf habe. Genau. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns und ciao.